Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest die Ruinen von Orvonar anzunehmen bei Aleria Windläufer auf der Windika an dieser Position. Die schwebt zurzeit über Makare. Ich weiß jetzt nicht ob man die Quest auch über den anderen zwei Gebieten annehmen kann, jeweils an der Position wo die Makare schwebt zu dem Zeitpunkt. Ich nehme sie an dieser Position an, da ich ja schon da bin und dann darf ich mich zur Speerkarte begeben. Nun muss ich nicht unbedingt in die Ordenshalle, sondern auf der Windika befindet sich auch eine Speerkarte. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch sehr freut ist, wenn ihr mich abonniert, da bin ich dann besonders motiviert weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. An dieser Position ist die Speerkarte auf der Windika auf dem Unterdeck an dieser Position. Ich schicke sie mit der rechten Maustaste an und dann darf ich eine bestimmte Mission abschließen. Da ist sie auch schon. Ziehe die Anhänger hin, Bonusbeute gibt es anscheinend nicht. Ich werde aber alles konteren, sicher ist sicher und klicke auf Mission starten. Beim weiteren Gange sieht man, die Mission ist in 16 Stunden abgeschlossen. So, da ist die Mission auch abgeschlossen, sieht man auch hier im Ordenshallenbericht abgehakt. Ich gehe hier auf die Speerkarte, die sich auch auf der Windika befindet, nicht nur in der Ordenshalle. Natürlich könnt ihr die Quest an allen drei Positionen abschließen, beziehungsweise die Mission, die Quest jetzt weiß ich nicht, aber die Mission geht an jeder Position. Plicke auf abgeschlossene Missionen ansehen, bereit zur Abgabe, nicht wundern über die 1,5 Milliarden Afterfakt macht. Das liegt daran, dass man auf dem Patchserver, wo ich die Questquad mache, schon eine Afterfakt Wissensstufe von 49 hat. Bin gespannt, wie weit man dann auf dem Live-Server ist, wenn es soweit ist, dass man die Quest macht, aber das spielt für die Quest keine Rolle. Die Quest ist abzugeben bei Aleria Windläufer auf der Windika. Ja, zur Zeit schwebt sie über Kwakun. Vermutlich kann man die Quest auch an den anderen zwei Positionen abgeben, hier sieht man auch das Fragezeichen. Hier nicht, aber ich vermute mal, es wird auch hier gehen, könnt ihr gerne mal testen. Ich glaube, ich habe es am Anfang des Videos erwähnt, falls es euch geholfen hat, gerne einen Daumen hoch. Natürlich freut es mich auch, wenn ihr mich abonniert, da bin ich dann besonders motiviert, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Für meinen Teil hoffe ich sehr, wie ich konnte euch helfen, die Quest zu beenden. Ciao! 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 Ciao!